ja grüß gott miteinander oder so sagen sie glaube ich hier in osttirol ich bin in der posse klamm von da bin ich gekommen hier ist ein wunderschöner wasserfall und hier unten läuft die isel lang und ja ihr seht das wetter ist geil wunderschön ringsherum richtig hohe berge echt klasse und hier guckt euch das an die schöne sitzbank und ach schau mal da hier hier gibt es guckt euch das an wenn die bank nass ist da ist der regenwischer um die bank trocken zu wischen das wird bei uns keine zwei minuten hängen dann hätte hat einer für sein fenster geklaut und ja hier geht es der weg weiter und ja ich schau mal insgesamt sind es etwa acht kilometer also nicht nur die klamm natürlich dann auch der rückweg und so weiter ob das sei jetzt wie das da jetzt weitergeht ich lasse mich mal überraschen ich hoffe ihr hattet einen kurzweiligen eindruck und freut euch auf das nächste video ach so und ich grüße meine topic-truppe na den mike den dieter und die katrin was gut trainiert nicht zu viel tschüss